Hallo, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und hatte einen Brief im Briefkast oder ein Täckchen von der lieben Sabine. Sabine ist meine Direktorin und auch Sponsorin. Bei ihr bin ich bei Sensi quasi mit eingestiegen und von ihr habe ich Poste bekommen. Und dann dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit beim Auspacken. Ich bin schon ganz gespannt, dass ich mich nicht schneide. So, schauen wir mal. Oh, schaut mal, wie schön verpackt. Öffnen und freuen. Eine Karte. Soll ich es euch gerade mal vorlesen? Ich mache einfach mal. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Aufstieg zur zertifizierten Beraterin. Ich lese mal vor. Liebe Jessi, meine Granate, du machst mich wirklich sprachlos. Sowas habe ich noch nie erlebt. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg zur zertifizierten Beraterin. Ein neues Teenie, sensationelle Startebene 1, Shootingstar und jetzt auch noch eine zertifizierte Beraterin. Und das mit so einer Leichtigkeit, Spaß und Liebe. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Ich drücke dich, deine Sabine. Oh, ich habe ganz Gänsehaut. Oh, ist das schön. Oh, danke schön. Oh, da wird mir ganz warm. Oh, es ist lieb. Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube es noch gar nicht. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich habe erst am 22.11. mit Sensei angefangen. Und dann habt ihr mich dabei aber auch so unterstützt. Wahnsinn, sprachlos. Weil alleine hätte ich das nicht schaffen können. Ich danke euch, dass ihr da so mich bei unterstützt, dass ihr mir so vertraut und mich glaubt und dass das so klappt. Also es macht auch so unwahrscheinlich Spaß. Oh, schön. Schaut mal. Das hat sie mir mit rein. Oh, ist das schön. Ich habe gleich BB in den Augen. Schaut mal. Oh, ein schöner Anhänger. Oh, ich liebe so Anhänger. Der kriegt einen Ehrenplatz. Dankeschön. Und was haben wir noch? Tee. Tee mag ich auch, wenn ich zwar viel Kaffee trinke, aber ich liebe auch so Wintertees. Danke. Das ist einfach total mit Liebe gepackt. Es sind so Karten dabei. Was man machen kann. Das ist toll. Richtig super Ideen. Auch für mich. Zum Beispiel hier. Schaut mal. Da steht es drauf. Bei meiner nächsten Bestellung will ich meine Produkte geschenkt und zum halben Preis. Das ist total eine tolle Idee, sowas. Genau. Wie kriegt man denn Produkte zum halben Preis oder auch geschenkt? Es gibt ja verschiedene Wege. Nicht nur über WhatsApp-Partys. Funktioniert auch super mit unserem Shopping-Link. Habe ich euch mal in irgendeinem Video ein bisschen erklärt. Wenn ihr da Fragen zu so einem Shopping-Link habt, dürft ihr mich gerne mal fragen. Das ist eine tolle Sache und da könnt ihr euch Gratis-Produkte und auch Halbpreis-Produkte sichern. Toll. Und dann so. Lauter so. Ausgeschnittene. Ausgestanzte Schneeflocken. Toll. Ach, das war jetzt eine schöne Überraschung, so von der Arbeit nach Hause und dann so ein Päckchen zu bekommen. Dankeschön. Ich bin jetzt ganz sprachlos. Damit habe ich nicht gerechnet. So, Sabine. Dir werde ich nachher nochmal persönlich schreiben. Ich freue mich riesig. Die Karte und den Anhänger kriegt ein Ehrenblatt. Das wird aufgehängt. Und vielen, vielen lieben Dank. Auch natürlich an meine Kunden, dass ihr mich so unterstützt. Danke. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe euch jetzt mal mitgenommen. Ich wünsche euch heute, das Wetter ist ein bisschen trist, noch einen schönen Nachmittag. Macht es euch gemütlich, vielleicht bei einem Tee. Genau. Und ich würde sagen, wir hören und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.